Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur nunmehr neunten Reise zum Ende der Welt. Das ist also die neunte Vorlesung und heute geht es immer noch um Startvorbereitungen. Wir sind also immer noch nicht losgeflogen, weil wir brauchen noch mehr Grundwissen. Und zwar geht es um Teleskope, denn tatsächlich reisen wir mit Hilfe von Teleskopen. Wir haben ja leider immer noch keine interstellare oder gar intergalaktische Rakete, sondern wir sind darauf angewiesen, ja virtuell mit den großen Teleskopen zu reisen, zum Beispiel mit dem Hubble Space Teleskop und mit dem Geist und mit den Bildern und den Daten von den Teleskopen, also eigentlich mit dem Geist bis ans Ende der Welt zu reisen. Aber das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man vielleicht ein bisschen weiß, wie diese Teleskope funktionieren. Also hier haben wir meine Inhaltsangabe, wir haben also Kapitel 1 und 2 hinter uns gelassen und jetzt sind wir in Kapitel 3 und im nächsten Kapitel, da geht es immerhin schon mal um unsere Erde. Da sind wir immer noch nicht losgeflogen, aber da müssen wir uns erstmal mit dem Aufbau von dem einen Planeten beschäftigen, den wir am besten kennen, nämlich unserem eigenen Planeten. Gut, das ist aber das nächste Kapitel. Jetzt sind wir in Kapitel 3 und da geht es noch um Methoden, also Messmethoden. Und das sind erstmal die Teleskope. Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte wie Beugung, also Beugung machen wir heute auch, aber dann Interferometrie und das ist eine spektakuläre Technik, denn damit ist es gelungen, ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen. Das machen wir nächstes Mal. Dieses Mal, aber die Grundlagen dafür, erstmal Teleskope. Ja, und dann wieder noch ein Hinweis. Ich mache zwar in dem Buch hier, was im März erschienen ist von mir in diesem Jahr 2023, zwar keine Teleskope, aber es geht da, der Titel sagt es ja, das rätselhafte Gewebe unserer Wirklichkeit und die Grenzen der Physik. Es geht da um die physikalischen Inhalte, also ohne Formeln und ohne jetzt solche technologischen Dinge und ohne die Lagrange-Punkte und was ich alles bis jetzt hier in der Vorlesung gemacht habe, sondern nur, ja sozusagen die High-End-Physik, die wirklich spektakulären Ergebnisse beziehungsweise, ja, die Grenzen der Physik, also die unbeantwortbaren Fragen. Also das findet man hier. Ein paar Sachen habe ich ja schon mal in den letzten Vorlesungen angesprochen dazu. Also hier Literaturhinweis. Und dann mein immer wiederkehrender Hinweis oder ein Dankeschön. Vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Da gibt es hier die beiden E-Mail-Adressen. Da kann man einen Betrag per PayPal schicken und da kann ich auch eine Dankes-Mail schreiben an die einzelnen Leuten, weil PayPal erlaubt Kurznachrichten oder eben einfach überweisen an eines dieser beiden Konten. Die sind beide bei einer Schweizer Bank, weil der Kanal wird betrieben von meiner Firma in der Schweiz und das wird also ordentlich abgerechnet und sowas alles und hier ein Euro und ein Schweizer Franken-Konto und das Euro-Konto sollte für die, die aus dem Euro-Raum überweisen, durchaus ohne irgendwelche Gebühren sein. Also hoffe ich mal jedenfalls. Also vielen, vielen Dank an euch. Das macht dann, also doch wirklich, ist sehr motivierend für mich und die Leute, die hier involviert sind. Ja, also Methoden, fangen wir mal an hier. Optisches Teleskop und Beugungsbegrenzung. Das machen wir erstmal. Also wenn wir ins Weltall gucken, brauchen wir ein Teleskop. Außer wir gucken einfach mit unseren Augen. Da können wir die Sterne schon mal sehen, aber es sind eigentlich nur helle Punkte und man sieht die Sternenbilder, aber es ist ein bisschen wenig. Also mit so Hilfsmitteln, mit Teleskopen, sehen wir die unendliche Vielfalt in den Tiefen des Raums, um es mal ein bisschen poetisch auszudrücken. Also jetzt fangen wir mal an mit dem ganz einfachen Fernrohr, wie es auch schon die Piraten auf hoher See auf ihren Segelschiffen hatten. Und da gibt es zwei Typen. Das eine Typ ist das Galileo-Fernrohr. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich kenne eigentlich eher das Kepler-Fernrohr, aber es ist, glaube ich, ein bisschen älter und deswegen fängt man eigentlich damit an. Und wir wissen alle, es geht mit Linsen. Man braucht also Linsen. Das heißt, damals eben, als diese Fernrohre entwickelt wurden, da musste man eben Glaskörper schleifen können, in einer bestimmten Art und Weise. Vielleicht sind die über die Lupe erstmal drauf gekommen. Die hatten dann Glasflaschen und wenn die so einen gebogenen Boden hatten, dann sah man, dass man damit vergrößern konnte. Und die ganze Idee des Fernrohrs ist auch eigentlich das einer Lupe, aber nicht für Objekte, die auf dem Tisch liegen, sondern Objekte, die irgendwo am Himmel sind. Und da ist ein wichtiger Punkt der Vergrößerung, das muss man sich irgendwie mal vorstellen können, ist, dass es um Winkel geht. Also wenn zwei Sterne ganz dicht benachbart sind am Himmel, dann haben die einen ganz kleinen Unterschied im Winkel. Ich gucke, dahin ist der eine Stern, ich gucke, dahin ist der andere Stern. Und die sind voneinander getrennt durch einen Winkel. Es geht um Winkel. Und wenn ich da näher reinzoomen will, dann sind die für mich, also mit dem Fernrohr, weiter auseinander. Also ich habe jetzt ein Fernrohr, da sehe ich jetzt nicht mehr den ganzen Himmel, sondern nur ganz kleinen Ausschnitt, diese beiden Sterne. Und die sind dann weiter auseinander. Weiter auseinander heißt, dass der Winkel größer geworden ist. Das heißt, die Vergrößerung auch in einem Fernrohr kommt dadurch zustande, dass man den Winkelunterschied, den man im Original hat, also bei zwei Sternen, die ganz dicht benachbart sind, ist das ein ganz kleiner Winkelunterschied, dass ich den eben drastisch vergrößere. Und das sieht man hier an diesem Strahlengang für das Galileo-Fernrohr. Wir gehen jetzt mal gar nicht so sehr auf die einzelnen Linsen ein, das ist geometrische Optik, da muss man schon wieder genau überlegen, wie geht denn das, ja. Sondern was entscheidend ist, dass der Winkel Alpha hier, das ist ein bestimmter Winkel jetzt gegenüber der gerade Ausrichtung. Also nehmen wir an, einen Stern definiere ich mehr als gerade Ausrichtung und jetzt ist ein bisschen daneben anderer Stern. Dann ist dazwischen ein kleiner Winkel, weil die so dicht benachbart sind. Und das sei der Winkel Alpha. Also es geht immer um ganz kleine Winkel, weil ich will ja ganz weit gucken, also nur einen winzigen Bildausschnitt am Himmel, so weit vergrößern, dass ich bis zum Ende der Welt gucken kann. Also es geht wirklich um kleine Winkel. Hier ist es natürlich viel zu groß gezeichnet, ja, ein Riesenwinkel. Und der soll größer werden. Das heißt, ich habe hier aus der großen Entfernung praktisch paralleles Licht, was einfällt. Das sind also Lichtstrahlen, die kommen von einem Stern, der ist so weit entfernt, dass die nicht mehr so auseinanderstreben, die Lichtstrahlen, wie von einer Punktquelle, sondern bei so einer weit entfernten Punktquelle, ja, dann kommen die Strahlen eigentlich parallel an. Ja, und hier kommen sie aus dem Galileofernrohr auch wieder parallel raus. Allerdings ist der Winkel größer geworden, Alpha Strich. Und das ist der Punkt. Das ist die Vergrößerung. Der Winkel, Unterschied zwischen, in dem Fall hier der gerade Ausrichtung, das ist die optische Achse, schwarz gezeichnet, und dem einfallenden Licht von einem Stern etwas außerhalb der optischen Achse, dieser Winkel ist größer geworden. Das ist die Vergrößerung. Oder sagen wir mal, es ist der eigentliche Effekt der Vergrößerung. Und hier kommen die Strahlen wieder parallel raus. Da gibt es natürlich kein Bild. Da kommen ja parallel raus, keine Abbildung. Ich kann ja jetzt nicht eine Leinwand hinstellen oder eine Fotoplatte und kriege da ein scharfes Bild, sondern ich brauche dann nochmal eine Linse, und das ist eben die Linse des Auges, die aus diesen parallelen Strahlen, die von weiter Entfernung kommen, dann einen Punkt machen auf der Netzhaut. Oder eben nochmal eine Linse, um das auf eine Fotoplatte zu bringen. Aber das Fernrohr vergrößert für das Auge, also man braucht immer noch die Linse vom Auge, damit man ein Bild kriegt, aber das vergrößert eben diesen Winkel. Und das ist dann der Effekt, als wäre man viel näher dran mit dem Fernrohr. Ja, das ist der Punkt. Ja, und wie konstruiert man das hier? Also es ist eine Konkav-Konkav-Linse, also eine ganz normale Sammellinse, jetzt ziemlich groß, damit sie möglichst viel Licht einsammelt. Und dann eben eine Konvechse, sorry, doppelt-Konvechse Linse, eine Sammellinse, und hier eine Zerstreuungslinse, eine Konkav-Linse. Und ich kann mal den Text hier aus Wikipedia vorlesen, also eigentlich braucht man die Konstruktionsvorschriften von geometrischer Optik, aber ich will jetzt hier die Leute nicht so langweilen. Man kann sich das irgendwo aneignen, wie man jetzt hier diese einzelnen Strahlen da konstruiert. Ich versuche nur, die Grundprinzipien zu erklären. Ja, also das Galileo-Fernrohr hat, das ist das Einzige, was ich jetzt vorlese, sonst ist es, glaube ich, nicht zu aufregen, geometrische Optik. Es hat als Objektiv eine konvechse Sammellinse, also Brennglas, und als Okular eine konkave Zerstreuungslinse kleinerer Brennweite. Ja, und die Brennweiten, dass die da zusammenpassen, das ist hier diese negative Brennweite bei einer Konkav-Linse, Zerstreuungslinse, und das hier ist die normale Brennweite unserer Sammellinse und die beiden Foki, also dieser negative Fokus der Zerstreuungslinse und der normale Fokus unserer Sammellinse, die müssen hier hinter der Zerstreuungslinse zusammenfallen, dann funktioniert es. Wenn nicht, wenn der Abstand nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Da das Okular eine negative Brennweite besitzt, muss es innerhalb der Brennweite des Objektivs so liegen, dass die Brennpunkte von Objektiv und Okular auf der Seite des Beobachters, also hinten, auf der Seite des Beobachters zusammenfallen. Ja, das muss man eigentlich nur wissen, wenn man so ein Ding mal bauen will. Eigentlich kann man das irgendwo kaufen und dann wird es schon irgendwie gehen. Es entsteht ein virtuelles, aufrechtes und seitenrichtiges Bild, das ist der große Vorteil. Also die Strahlen gehen ja immer noch nach unten. Das heißt, für unser Auge steht das Bild richtig rum. Sonst steht es auf dem Kopf, bei dem anderen, bei dem Kepler-Fernrohr. Deswegen braucht man da nochmal irgendwelche Prismen, Umlenker, damit es wieder richtig rumsteht. Und seitenrichtiges Bild mit einem im Verhältnis zum Kepler-Fernrohr großen Sichtfeld. Also hier sieht man schon, das Sichtfeld ist relativ groß. Die Zerstreuungslinse ist auch groß. Man hat ein großes Sichtfeld, wenn man das haben möchte. Ja, das ist also ein Fernrohr. Das gehört mit zum Grundstoff in der Vorlesung. Da nimmt man also genau diese beiden Fernrohre durch. Das ist aber jetzt ein Fernrohr, was mir selber jetzt nicht so super gut einleuchtet, weil das mit dieser Zerstreuungslinse arbeitet. Naja, und wie man diese Strahlen hier, diese gelben Striche konstruiert, die müssen immer, einer geht hier durch den und so weiter. Ja, das kann man sich dann genau angucken in der geometrischen Optik. Entscheidend ist aber, dass das parallele Strahlenbündel hier mit einem größeren Winkel von der optischen Achse rauskommt, als es reingelaufen ist. Das ist der eigentliche Effekt der Vergrößerung. Dann haben wir das Kepler-Fernrohr. Und hier bei dieser Wikipedia-Zeichnung ist jetzt mal das Objekt in sehr großer Entfernung mit reingemalt. Das ist hier oben links, dieser kleine, merkwürdige gelbe Turm mit dem roten Dach, und zwar der nach oben guckende. So, und der sei jetzt in sehr großer Entfernung. Deswegen gibt es hier diese beiden schwarzen Striche mit dem Abstand dazwischen. Das deutet an, da sind jetzt mehrere Lichtjahre Entfernung dazwischen. Und hier kommen wieder parallele Strahlen von diesem Objekt in sehr großer Entfernung und werden wieder durch so eine Sammellinse, das ist eine Plan-Konvex-Linse, aber es ist im Wesentlichen eine Sammellinse, werden hier zu einem realen Bild. Hier entsteht also kein virtuelles Bild, sondern ein reales Bild. Das heißt, die zweite Linse hier, das ist auch wieder eine Sammellinse, die ist so weit entfernt, dass wir hier zwischen eben einfach eine Abbildung bekommen. Das ist also einfach eine Sammellinse, kann man auch selber sich eine Linse mal besorgen, oder wenn jemand eine starke Brille hat, das muss aber eine konvexe Brille sein, weil das ist, glaube ich, für kurzsichtige, oder? Wie rum? Nein, muss man sich überlegen. Also jedenfalls ein Brennglas und eine helle Lampe, dann findet man im Abstand vom Fokus einfach ein Bild. Das steht dann auf dem Kopf. Das ist das. Und hier hätten wir jetzt also bei so einem Fernrohr ein Bild von allen Sternen, die hier im Sichtfeld dieser Sammellinse sind. Okay, hier entsteht also ein Bild. Das ist jetzt noch keine Vergrößerung, sondern es ist dann also sehr klein. Hier sieht man es ja, es ist ganz klein. Ein kleines Bild. Und jetzt kommt was, was man ganz gut verstehen kann, weil diese zweite Linse ist auch wieder eine Konvexlinse, die agiert als eine Lupe. Ich gucke mir jetzt, dieses Bild ist nicht wirklich ein Bild, weil da ist kein Schirm oder sowas, sondern wir wissen nur, es entsteht da ein Bild. Ich kann da ein Stück Papier reinhalten, dann sehe ich da das Bild. Ja, aber das muss ich wieder rausnehmen. Die Lichtstrahlen gehen also weiter. Aber man kann sich das so vorstellen, dass man mit diesem zweiten Ding hier tatsächlich dieses Zwischenbild mit als Lupe betrachtet. Und dann sieht das so aus, hier ist die Linse vom Auge des Betrachters noch mit eingezeichnet, als wäre für unser Auge, das Auge weiß ja nicht, dass da die Linsen sind, sondern das Auge setzt das Bild auf der Retan ja so zusammen mit den gestrichelten Linien, als wäre da in gigantischer Entfernung ein riesengroßes Objekt. Das nach unten, das steht auf dem Kopf, das nach unten weisende gelbe Türmchen mit dem roten Dach, das viel größer ist, das ist das, was das Auge meint wahrzunehmen. Und auch hier wieder das Entscheidende, der Winkel. Diese beiden roten Strahlen hier haben einen bestimmten Winkel zur optischen Achse, der schwarzen Linie, und hier ist der Winkel steiler. Und weil der Winkel steiler ist, ist das scheinbare Objekt viel größer. Ja, das ist also wieder diese Vergrößerung. Ja, und beim Kepler-Fernrohr versteht man das besser, weil man ein reales Zwischenbild hat, also man könnte einen Schirm reinhalten zwischen die beiden Linse, hätte da ein Bild, im Abstand des Fokus der Sammellinse, der ersten, also des Objektives, und beobachtet mit dem Okular das Zwischenbild wie mit einer Lupe. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut die Lupe ist und so, und wie viel Licht ich habe, und dann kriegt man eine große Vergrößerung hin. Das Objektiv 1, dieses Ding hier, erzeugt vom Objekt, das ist links unser gelber, rot, rot bedachter Turm, ein umgekehrtes reelles Zwischenbild. Das ist das kleine Ding hier. Das ist immer noch klein, dass man mit dem Okular, das wie eine Lupe funktioniert, 2 betrachtet. Das Auge 3 sieht ein vergrößertes, virtuelles Bild, 6, das ist ganz unten links hier, in scheinbar geringer Entfernung, gerittstrichelte Linie. Ja, es sieht so aus, als wäre es viel näher dran. Das Entscheidende ist aber, dass der Winkel größer geworden ist von dem parallelen Lichtstrahlen des weit entfernten Objektes. Also ähnlich wie bei dem Galileo Fernrohr, Winkelvergrößerung, aber hier eben mit zwei Sammellinsen. Ja, und das versteht man schon ein bisschen eher. Man betrachtet eben das virtuelle Zwischenbild mit einer Lupe. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, gibt es da Limits? Kann man die Vergrößerung ins Unendliche treiben, wenn man das jetzt irgendwie so designt? Wie groß oder wie toll kann denn so ein Fernrohr, wenn es bis zum Ende der Welt laufen soll, wie toll kann das denn laufen? Und ich glaube, die Leute, die sich mit Astronomie schon mal beschäftigt haben, die wissen alle, es geht erst mal darum, dass das Ding hier, die erste Linse, die muss riesengroß sein. Je größer, umso besser. Und so große Linsen gibt es eben gar nicht, deswegen nimmt man Spiegel. Ja, und dann gibt es Linsenfehler. Dann wird die Auflösung, also die Schärfe, die wird nicht beliebig gut. Und deswegen hat man heute nicht mehr diese Linsenteleskope in der Astronomie, sondern Spiegelteleskope. Also, und es gibt eben diese Limitierungen hier, das will ich jetzt erklären, die Lichtmenge, möglichst große Eintrittsöffnungen. Ja, also natürlich vom Ende der Welt kommt jetzt nicht besonders viel Licht. Und das wissen wir ja vom Kameraobjektiv. Wenn ich eine Kamera habe, die sehr, ja, so in dunklen Räumen gut funktioniert, dann muss das ein möglichst großes Objektiv sein. Wir sind jetzt alle an die Handykameras gewöhnt, das sind ja ganz kleine Linzchen da, die also das Ganze elektronisch kompensieren. Aber eigentlich bei einer normalen, richtigen Fotokamera braucht man so ein Riesenobjektiv, was dann auch unter schlechten Lichtverhältnissen immer noch sehr gut funktioniert. Sammelt mehr Licht ein. Und das gilt insbesondere, wenn wir Astrophysik betreiben wollen. Da kommt ja aus den großen Entfernungen ganz wenig Licht. Ja, und da müssen wir, da müssen wir mit irgendeiner großen Öffnung arbeiten. Und dann die Beugung, die erkläre ich gleich. Es gibt ein Beugungslimit. Je kleiner die Öffnung ist, umso verschwommener ist das Bild. Ja, und das wundert mich immer ein bisschen, wie diese Handykameras so gute Bilder liefern können, weil die scheinen ja irgendwie diesem Beugungslimit zu widersprechen. Ja, aber es ist eben so, dass für die Bildqualität, die man mit dem Handy hinkriegt, ja, das merkt man jetzt mit dem Auge nicht, wenn man einfach ein Foto von irgendeiner Landschaft, durch die man ein Pferd macht, dann sieht man nicht, dass da ein Limit ist. Ja, Hauptsache die Farben sind schön. Ja, aber eigentlich muss es eine möglichst große Eingangsöffnung haben. Ja, und deswegen waren die normalen Fotokameras oder von die Profikameras von Profifotografen, die haben diese großen Objektive. Ja, gut, große Öffnung. Ja, und da haben wir eben das Problem mit den Linsenfehlern. Wenn wir sphärische Linsen haben, die also eine Runde, wie gerade in den Skizzen gezeigt, für die beiden Fernrohre, die waren ja sphärisch. Das heißt, es ist eine Kugeloberfläche, ein Segment einer Kugeloberfläche. Das kann man gut schleifen. Aber eigentlich braucht man eine Parabel, weil die Kugel hat außen am Rand Fehler in der Abbildung. Das gibt keinen scharfen Fokus. Man nennt das sphärische Aberration. Aber weil es so leicht zu schleifen ist, man kann sehr gut irgendwas in der Kugeloberfläche schleifen, nimmt man halt immer Kugellinsen. Außer man hat ganz viel Geld, dann sind die nicht sphärisch geschliffen. Ja, und dann haben sie geringere, geringere Abbildungsfehler. Aber das sind teure Linsen. Ja, und die Linsenfehler werden bei einer langen Brennweite und großen Linsen, also auch so eine Riesenlinse und am besten 10 Meter Brennweite, ja, dann ist der Linsenfehler, dadurch, dass man eine sphärische Oberfläche hat, die sphärische Aberration, die ist dann klein. Aber so große Linsen aus Glas sind kaum machbar. Dann gibt es auch noch die chromatische Aberration, das ist die Brechung. Also die Brechung in einem Glas ist davon abhängig, welche Wellenlänge, also welche Farbe das Licht hat. Das heißt, ein Objekt, was ich mir angucke, das aus verschiedenen Farben besteht, also ein weißer Stern, dann wäre für die Farbe Rot der Fokus bei einer anderen Entfernung als bei der Farbe Blau. Das bedeutet, wenn ich es für Rot scharf stelle, kriegt mein Stern einen blauen Rand. Also der hat dann so einen blauen Ring. Wegen der sphärischen Aberration. Und das gilt für Linsen. Und deswegen sind Linsen nicht gut. Die haben also Linsenfehler, sphärische Aberrationen, chromatische Aberrationen. Und dann gibt es noch Astimaktismus und alles Mögliche. Also das ist sehr schwierig. Und so ganz große Linsen kann man sowieso nicht machen, weil die dann viele, viele Tonnen wiegen. Also deswegen Lösung Spiegelteleskope. Keine chromatische Aberrationen, also ein Spiegel spiegelt alle Farben gleich. Da gibt es keine Unterschiede im Fokus, wenn ich so einen Parabolspiegel oder so was habe. Und wir können sehr große Spiegel machen. Und deswegen sind die großen Teleskope, wie jetzt das neue Weltraumteleskop, das James-Weck-Teleskop, das sind alles Spiegelteleskope. Also nichts mehr mit Linsen. Ja, und jetzt muss ich noch erklären, warum die immer größer werden müssen. Also mit dem Spiegel habe ich ja nicht diese Linsenfehler. Den kann ich auch asphärisch schleifen, also dass der eben nicht die sphärische Apparation hat oder so was. Aber die Beugungsbegrenzung ist das große Problem. Und ich werde gleich mal ein Beispiel zeigen von so Exoplaneten, die man aufgenommen hat. Die haben genau den Durchmesser, der dem Beugungslimit des entsprechenden Teleskopes entspricht. Das kann man sehr schön ausrechnen. Ja, was ist das Beugungslimit? Licht ist ja eine Welle. Und wenn ich eine Welle, wie hier oben gezeigt, durch eine kleine Öffnung schicke und die Öffnung muss klein sein gegenüber der Wellenlänge, dann kriege ich eine Beugung. Und zwar läuft einfach wie bei einer Wasserwelle, die ich auf den Damm schicke und in dem Damm sei mal eine Lücke, also eine Hafeneinfahrt, dann breitet sich hinter der Lücke des Dams, also hinter dem Spalt, eine Kugelwelle aus, wie hier gezeigt. Das ist also gar nicht mehr geometrische Optik, sondern das bedeutet, dass ein Abbild, was ich hier hinter versuche zu machen, das ist total verschwommen. Ja, zeige ich gleich auch nochmal ein Bild. Und hier haben wir das Ganze für ein größeres Objektiv, also wo der Spalt breiter ist. Der Spalt ist jetzt einfach die Öffnung des Objektivs. Wie groß ist es denn? Wir kriegen am Rand hier, kriegen wir immer so eine diffuse Zone durch die Beugung der Welle. Die wird ja also nicht sauber abgeschnitten und läuft also so einfach so weiter, als wäre hier einfach ein Schatten, sondern hier die breitet sich auch ein bisschen ins eigentliche Dunkel aus, weil es eine Welle ist. Das schwappt also auch ein bisschen zur Seite. Und das bedeutet, dass hinter einer Öffnung ich immer zwar einen hellen Bereich bekomme auf einem Schirm, aber der helle Bereich hat irgendwie so eine Halo, so eine Unschärferegion durch diese Beugungseffekte. Und das passiert insbesondere, das passiert auf Größenskalen, die so ein Mehrfaches der Wellenlänge sind. Also je gürzer die Wellenlänge ist, umso schwächer sind diese Beugungseffekte, aber je größer die Öffnung ist, umso geringer sind sie auch. Also große Öffnung, kurze Wellenlänge. Dann kriege ich eine gute Abbildung mit wenig Beugungsunschärfen. Also hier steht es nochmal. Kleine Öffnung relativ zur Wellenlänge, das orientiert sich an der Wellenlänge, starke Beugungseffekte, große Öffnung relativ zur Wellenlänge, weniger Beugungseffekte. Ja, und das können wir jetzt mal versuchen zu ermitteln. Und zwar, das hier ist ein fantastisches Bild. Also das werde ich natürlich später in der Vorlesung noch die Physik dazu machen. Das sind Exoplaneten. Die rotieren also oder kreisen um eine andere Sonne. Die Sonne ist mit einer schwarzen Maske hier abgedeckt. Und wir gucken von der Erde aus gesehen zufällig genau von oben auf die Ebene dieses Planetensystems. Und es sind vier Gasriesen zu sehen. Dass es riesige Planeten sein müssen, das liegt jetzt nicht daran, dass diese vier Punkte, hier hinten ist noch einer, dass die so groß aussehen. Ja, weil die sind ja eigentlich ziemlich groß hier im Vergleich jetzt zur Sonne. Wenn die Sonne hier irgendwie hinter diesem schwarzen Ding ist, da wissen wir auch nicht, wie groß die eigentlich ist, weil die überstrahlt natürlich eigentlich. Aber die sehen schon sehr groß aus, relativ zum Abstand. Das hier ist die Skala. 20 atomare, nee, nicht atomare, wie heißen die, astronomische Einheiten. Also dieser Abstand Erde-Sonne ist das. 20 Mal genommen hier. Und da sind diese Flecke schon sehr, sehr groß. Es müssen also Gasriesen sein, die weit draußen, wie bei uns auch, um die Sonne rotieren. Sogar extrem weit draußen. Und sie werden angestrahlt, sie leuchten nicht von selber, sondern werden angestrahlt von der Sonne in der Mitte, die wir eben abgedeckt haben. Und das ist eine Bildserie hier. Hier unten steht die Jahreszahl. Das läuft immer durch. Man kann nochmal, jetzt geht es 2009 bis 2016 geht es. Ja, 2009 bis 2016. Und das ist eine Motion Interpolation von sieben Aufnahmen von dem Keck-Teleskop. Wir müssen wissen, welches Teleskop das ist, weil wir die Öffnung brauchen für die Beugung. Und jetzt können wir mal überlegen, inwieweit die Größe hier mit der wirklichen Größe der Planeten übereinstimmt oder ob es beugungsbegrenzt ist. Und wir werden sehen, das will ich jetzt mal kurz, also diese Berechnung ist nicht mehr, jetzt zeige ich mal eine Formel, ja. Weil wir werden sehen, das ist nicht die wirkliche Größe hier der Planeten. Wir sehen nicht wirklich die Planeten, sondern das hier ist ein Beugungsscheibchen. Und der wirkliche Planet ist gar nicht sichtbar, sondern ist einfach ein verschwommener Fleck, dessen Größe einzig und allein durch die Beugung im Keck-Teleskop in diesem Fall begrenzt ist. Und zwar kann man die Beugung, wie ich es gerade mit diesem ganz einfachen Wellenbild an diesem Spalt im zweidimensionalen Fall in der Fläche gezeigt habe, das kann ich also auch dreidimensional rechnen. Dann habe ich hier also eine Lochblende, durch die ich also eine Welle schicke. Und ich kriege dann hier solche, das sind eigentlich Beugungsringe hinter, auf dem Schirm hier, ja. Und der Winkel, es gibt also eine Winkelunschärfe. Wenn es vorher das Licht parallel wäre, kriege ich durch die Beugung so einen merkwürdigen, ja, so eine Halo hier, Airy Disc heißt es im Englischen. Das heißt, dieses Fleckchen wird größer als der eigentliche Fleck, also es sei ja unser Stern. Und die Größe, also die Winkel, es geht ja um Winkel, die Winkelabweichung, das kann man abschätzen mit dieser Formel hier, also da muss man diese zweidimensionale Beugung an der Lochbrände rechnen. Da kommt raus 1,2 mal Lambda, das ist die Wellenlänge, das lichtet, gezahlt durch D. Und D ist der Durchmesser. Ja, und jetzt haben wir es. Das hatte ich ja gerade schon erklärt. Je größer der Durchmesser ist, umso kleiner wird die Winkelumschärfe. Umso schmaler, also diese Fleckgröße hier, das ist ja eine Winkelunschärfe. Und das ist die Beugung. Das ist genau dieses Delta Lambda hier, was die Größe, die scheinbare Größe der Planeten bestimmt. Und es hängt von der Wellenlänge ab. Na gut, das sind 600 Nanometer. 400 bis 800 Nanometer ist das sichtbare Licht. Wenn man das hier mal als nimmt, kann man mit 600 Nanometern rechnen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob das Keck-Teleskop das überhaupt im Sichtbaren gemessen hat. Ja, müsste mal nachgucken. Also nehmen wir mal an, es sind 600 Nanometer. Jetzt können wir es ausrechnen. Also die Distanz zu dieser Sonne mit den Exoplaneten ist 130 Lichtjahre. Okay, wissen wir schon mal, wie weit sie weg ist. Die Planetenscheiben sind 1,2, 1 oder 2 astronomische Einheiten im Durchmesser. Das habe ich aus dem Bild abgeschickt. Also hier habe ich eine Vergrößerung aus diesem kleinen Movie, den ich gerade gezeigt habe. Hier ist gerade mal so eine Planetenscheibe. Ich habe mal Ausschnitt, also hier wäre die Sonne. Das ist der Maßstab, 20 astronomische Einheiten. Kann man so grob abschätzen. 1 bis 2 astronomische Einheiten. Das Keck-Teleskop hat eine Öffnung von 10 Metern. Das ist unser D. Und als Wellenlänge habe ich jetzt mal 600 Nanometer genommen. Ja, dann kriege ich nach der Formel 1,22 mal die Wellenlänge 600 Nanometer. Nanometer ist 10 hoch minus 9. Also die Einheit ist Meter dividiert durch D. D ist beim Keck-Teleskop 10 Meter. Das ist ein Bruch. Da kommt raus 0,7 mal 10 hoch minus 7. Ja, jetzt kann ich ausrechnen, was 2 mal Delta Lambda ist. Ja, das war Delta Lambda 2 mal Delta Lambda ist 1,8 mal 10 hoch minus 7. Ja, 1,8 mal 10 hoch minus 7. Jetzt habe ich eine Zahl. Das ist das Auflösungsvermögen oder Delta Lambda ein Bogenmaß. Ja, das kann ich jetzt aber ausrechnen, wie groß der Abstand von der, wie groß der Durchmesser dieser Scheibchen ist. Nämlich, ich weiß ja, die Biester sind 130 Lichtjahre entfernt. Und das ist das Verhältnis hier. Das heißt, ich kriege als Beugungsbegrenzung, wenn ich mal 1,5 astronomische, 1 bis 2, also wenn ich 1,5 nehme, 1,5 astronomisch, ach nee, andersrum. Jetzt kann ich das ausrechnen, wie groß unser Planet mit diesem Auflösungsvermögen hier sein müsste. Also das Beugungsscheibchen. Das ist nämlich 130.000 Lichtjahre. 130 Lichtjahre sind 8.200.000 astronomische Einheiten. Und das muss ich multiplizieren mit der 0,7 mal 10 hoch minus 7. Das ist also ein 0,7 mal 10 hoch minus Siebtel von dieser Distanz, hier gleichschenkliches Dreieck, kriege ich diese Höhe, das 1,5 astronomische Einheiten. Ja, also ich hoffe, ich habe das jetzt erklärt. Also so kann man mit dieser Lehrbuchformel, das ist das Auflösungsvermögen für eine Lochblende, dem Daten für das Keck-Teleskop und dem Abstand kann ich ausrechnen, wie ein Beugungsscheibchen von irgendeinem Punkt, der 130 Lichtjahre entfernt ist, wie groß das sein müsste. 1,5 astronomische Einheiten und ja, das sieht ja fast so aus. Also das ist die Beugungsbegrenzung. Wir sehen hier also keineswegs, ich gehe nochmal zurück zu meinem Planetenbild, nicht meinem, sondern es ist auf Wikipedia, das ist also keineswegs der wirkliche Planet, den wir sehen, sondern das viel größere Beugungsscheibchen von diesem sehr viel kleineren, vermutlich von sehr viel kleineren Lichtpunkt des Planeten, was wir hier sehen. Aber immerhin, wir wissen, da ist ein Planet, der dieses Licht abstrahlt. Und das ist eine fantastische Leistung, dass wir es überhaupt sehen können, weil dazu muss man den Planeten ja von der sehr viel helleren Sonne optisch erst mal trennen. Und das ist hier gelungen. also das ist die Beugungsbegrenzung. Jetzt kann man sich überlegen, wie groß muss denn ein Teleskop sein, also welchen Durchmesser, damit ich hier vielleicht den wirklichen Planeten sehe. Und das ist ja sowieso ein Gasriese, da müsste ich ja noch viel, viel größer werden, damit ich da ein Gesteinsplaneten, die sind ja viel kleiner als die Gasriesen, dass ich da einen erdähnlichen Planeten sehe. Da brauche ich ja ein 100-Meter-Teleskop, also irgendwas ganz riesengroßes. Oder ich muss eben zu einer Sonne schauen, die näher dran ist. Ja, da gibt es ein paar, aber es werden natürlich immer weniger, je näher sie dran sein sollen, damit das Auflösungsvermögen ausreicht. Also jedenfalls, oh jetzt habe ich in die falsche Richtung gedrückt, diese Beugungsbegrenzung führt dazu, dass die Spiegelteleskope, und es sind eben Spiegelteleskope, weil es mit Linsen nicht mehr geht, dass die immer größer werden. Und dann haben wir eine Chance, eine zweite Erde zu finden, wenn der Planet nicht zu weit weg ist. Ja, also, Spiegelteleskope sind die Lösung der ganzen Angelegenheit. Und hier haben wir so ein Spiegelteleskop, das ist jetzt nur der erste Teil des Spiegelteleskops, nämlich der große Hauptspiegel. Das wäre hier so ein Spiegel, der ist eben nicht sphärisch geformt, sondern hier, so ist ein Parabel, also sieht ein bisschen komisch aus hier, die Form ist jedenfalls nicht sphärisch, um diesen Linsenfehler eben zu kompensieren, ist dann schwieriger zu schleifen hier. Und wir haben also hier die riesige Öffnung und dann haben wir hier in der Mitte einen Spiegel, einen zweiten Spiegel, auf den fokussiert hier der Hauptspiegel und das ganze Ding wirkt dann wie eine Sammellinse. Und hier entsteht ein reelles Zwischenbild. Also das wäre dann das Richtige für einen Aufbau eines Kepler-Teleskops, aber auf der Basis von Spiegeln und nicht auf Linsenbasis. Das geht aber genauso gut, eben nur mit Spiegeln. Und dann können wir viel größer werden und haben nicht diese ganzen Apparationen, also Linsenfehler. So funktioniert es. Hier brauche ich dann natürlich noch einen zweiten Spiegel oder eine Sammellinse, um das dann zu betrachten, das Zwischenbild. Ja, und das sind eben diese Riesenbiester. Da gibt es jetzt mehrere, die auch im Bau sind. Hier haben wir dieses, in Chile ist das, das Giant Magellan Telescope. Und das geht in Betrieb, steht das hier, in Betrieb, also Hoffmann 2029. Und das hat einen effektiven Durchmesser von 21,4 Metern. Aber es besteht, weil man so große Spiegel kann man ja gar nicht mehr transportieren. Die werden irgendwo gefertigt. Und wenn man so, wenn man tatsächlich einen 21-Meter-Spiegel hätte, dann, ja, wie soll man denn auf dem LKW transportieren? Außerdem wiegt er 100 Tonnen oder noch mehr. Sondern der wird zusammengesetzt, wie hier gezeigt, eben aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sphärischen Spiegeln, die so zu einem Gesamtspiegel zusammengebaut werden. Also 7 Primärspiegel zu je 8,4 Metern. Das ist immer noch riesengroß. Und je nachdem, wo sie gefertigt werden, müssen die dann eben zu dieser Bergspitze, auf der dieses Teleskop dann stehen wird, dahin hingeführt werden. Hier ist nochmal eine genauere Aufnahme. Also hier oben ist immer der Link, wo die Bilder herkommen hier. Caltech-EDO ist das, also USA. Fantastisches Teleskop hier. Effektiver Durchmesser des Hauptspiegels 21 Meter. Und ich glaube, ich habe jetzt mit der Beugungsbegrenzung erklärt, dass einfach diese Zahl, wie groß ist der Hauptspiegel, bestimmt, ob ich einen Exoplaneten, der erdähnlich ist, an einer benachbarten Sonne überhaupt sehen kann. Und je größer, umso besser. Wegen der Beugungsbegrenzung. Also angenommen, alles andere ist optimiert. Gut, das ist ein erdgebundenes Teleskop. Da haben wir auch noch das Wabern der Erdatmosphäre. Das kann man aber mit aktiver Optik, indem man diese Spiegel so ein bisschen entgegengesetzt wabern lässt, kann man das kompensieren. Also Weltraumteleskope kann man in der Größe jetzt nicht in den Weltraum schicken. Das wäre ein bisschen schwer. Die Weltraumteleskope sind naturgemäß kleiner. Also das Hubble-Teleskop ist viel kleiner, zeige ich gleich. Aber dafür haben sie eben nicht das Problem mit der Erdatmosphäre, die eben so ein Wabern, so eine grundsätzliche Unschärfe erzeugt. Deswegen auch auf dem Berg in Chile, auf der Südhalbkugel der Erde, ist es besonders sauber, staubfrei und es wabert nicht so viel und in Chile ist meistens da ist es wolkenlos. Und da gibt es auch noch mal, ich glaube, das ist von der ESA hier, ja, ESO, ja, genau, von der European Space Agency, ja, ESO, von European Space Agency, Extremely Large Telescope. Das ist noch größer. Deswegen heißt es, denen sind die Namen ausgegangen. Das heißt jetzt extrem großes Teleskop, heißt dieses Biest hier und das soll fertig sein, steht das hier irgendwo, ich glaube, noch ein bisschen früher, 2028 oder 2027, muss ich mal schauen, steht es hier, ach hier oben, 2027 soll es groß sein und das hat ein, das besteht aus 798 Einzelspiegel, die, glaube ich, sogar in Deutschland gefertigt werden bei Schott und es hat einen effektiven Durchmesser von 39 Metern. Also wir kommen da schon so ein bisschen in die 100 Meter Klasse und dann mit so einem Teleskop, da kann man wirklich denken, ja, vielleicht finden die eine zweite Erde. Da haben wir natürlich das Problem, dann wollen wir da hin, also, aber wie kommen wir da hin? Aber jedenfalls, wenn man schon mal eine findet, also einen erdähnlichen Wasserplaneten und wenn man das Licht trennen kann, kann man Spektroskopie betreiben und schauen, ob die Atmosphäre atembar ist. Das kann man vielleicht mit so einem Ding machen, ja, also da kommen noch fantastische Entdeckungen auf uns zu. Naja, und hier ist eben der komplizierte Strahlengang, da gibt es den Primärspiegel, Sekundärspiegel, also sie sind durchnummeriert, ne, der Primärspiegel aus diesen 798 einzelnen Spiegeln, dann gibt es einen Sekundär, wo ist denn der zweite? Der zweite Spiegel ist oben drüber, das habe ich vorhin schon gezeigt, dann gibt es noch ein paar mehr Spiegel und einer dieser Spiegel hat eine adaptive, der ist dünn hier, der hat eine adaptive Optik, das heißt, der kann eben dieses Wabern der Atmosphäre, das macht man mit so Lasern, kann man das abfragen, wie die Atmosphäre gerade in diesem Augenblick wabert und dann den Spiegel genau in der entgegengesetzten Richtung ein bisschen verbiegen, mit so sehr schnellen Piezos wird das, glaube ich, gemacht und da kann man das Wabern der Atmosphäre kompensieren und dann kommt man schon in die Nähe auch der Qualität von Weltraumteleskopen mit dem großen Vorteil, eben diesen gigantischen Spiegel hier zu haben, ja, der ist wirklich groß. Ja und hier ist die Baustelle, das findet man auch auf Wikipedia hier, dieses Bild, finde ich ganz klasse, also das ist der Stand 2023, also Monat, weiß ich nicht, also aus diesem Jahr hier und hier sieht man, wie dieses Ding da in Bau ist. Ja und da kann man eben auch bis ans Ende der Welt schauen, da kann man die Ursprünge des Universums versuchen zu erkunden, aber natürlich auch nach Exoplaneten und nach Leben, also nach Spuren von Leben über Spektroskopie suchen im Universum auf anderen Planeten, auch im eigenen Sonnensystem natürlich. Ja, das ist schon klasse, also das sind gewaltige Investitionen und da kommen großartige Entdeckungen, vermute ich jetzt mal, auf uns zu. Hier ist eine Übersicht auch auf Wikipedia von den verschiedenen Spiegelteleskopen, also nur die Hauptspiegel sind hier gezeigt, hier haben wir also dieses Extremely Large Teleskop hier, das ist also riesengroß, 2027, dann gibt es hier noch eins, das habe ich jetzt nicht erwähnt, auf Hawaii, in den USA, 30 Meter Teleskop, ist ein bisschen kleiner, aber auch ziemlich groß und hier ist das Giant Magellan Teleskop mit diesen sieben Spiegeln, die so ein paar Meter Durchmesser haben und dann habe ich eine Weile geguckt, wo ist denn jetzt das Hubble Space Teleskop, das findet man gar nicht, das ist dieses Ding hier, der kleine schwarze Kreis, das diese fantastischen Aufnahmen über die vielen Jahrzehnte eigentlich geliefert hat, weil es im Weltraum ist, hat es eben diese enorme Power ohne die Erdatmosphäre, aber es ist eben sehr, sehr viel kleinerer Spiegel und dann gibt es das neue James Webb Teleskop, Infrarot Teleskop, ist die Wellenlänge länger und unsere Bebeugungsbegrenzung, da ist ja eine längere Wellenlänge nicht so gut, aber trotzdem, also hier, das ist dieses Ding hier, so sieht das James Webb aus hier und da steht der Durchmesser, steht da jetzt nicht in Metern, aber wir sehen es deutlich größer als das Hubble Space Teleskop, aber es arbeitet im Infrarot, das ist die Wellenlänge länger, das heißt, da ist das wieder ein bisschen schlechter für die Beugung und es wurde eben ganz neu, hier ist es, in die Umlaufbahn geschickt, das ist jetzt ein Space, also ein Weltraumteleskop und da besteht immer, es ist einfach so, das liefert bessere Aufnahmen, auch wenn der Spiegel viel kleiner ist. Ja, es hat also 6,5 Meter Spiegel und da müssen wir mal gucken, wie sich das da mit den Riesenteleskopen, die beide in Bau sind, das Magellan Teleskop und das Extremely Large Teleskop, wie sich das dann vergleicht hier und das ist ein Infrarot Teleskop, das hat gewisse, das muss im Weltall sein, weil die Atmosphäre für Infrarot, jedenfalls für die meisten Wellenlängen nicht gut durchlässig ist und mit Infrarot kann man aber auch durch die Staubschichten im Universum schauen, das heißt, da habe ich eine Chance mit Infrarot, James Webb, noch weiter zu gucken als das Hubble Space Teleskop in die fernste Entfernung und damit auch zurück in der Zeit bis dicht an den Urknall heran. Und da ist die Idee, dass man mit diesem sehen, die First Stars, die ersten Sterne, die sich überhaupt nach dem Urknall gebildet haben, dass ich die sehen kann. Deswegen der große Spiegel, da kann also mehr Licht einfangen, aber auch Infrarot, also deswegen, weil ich dann durch diese Dunstschichten, die dann doch im Weg sind, durchgucken kann und die ersten Galaxien. Das heißt, ich kann näher an den Urknall heranschauen, weil eben weit gucken heißt auch immer eine Reise zurück in der Zeit. Also, und das steht hier eben im Originaltext auf englischen Wikipedia, Objects too old, too distant or too faint for the Hubble Space Telescope. Ja, also zu alt sind, zu lange her, zu schwach sind für das Hubble Space Telescope, also faint oder zu weit entfernt sind. Das Hubble kann das nicht sehen. Es ist eine graduelle Verbesserung, ist jetzt nicht irgendwie eine riesendolle Verbesserung, aber die riesendolle Verbesserung ist vielleicht eben dass wir im Infrarot gucken können. Ja, natürlich auch, wenn man jetzt nahe beibleibt in der kosmischen Nachbarschaft, potentially habitable Exoplanets, also auch hier die Suche nach potenziell bewohnbaren Planeten und das wäre natürlich auch eine Sensation, einen blauen Wasserplaneten zu finden. Da muss schon blau sein, das ist irgendwie nicht so gut. Also, grün geht auch, okay, blau oder grün. grün, wenn es dann eben Pflanzen sind. Ja, das ist das Ding hier. Das Bild ist jetzt hier vorne auf Wikipedia, sieht nicht so besonders illustrativ aus. Wir haben hier ein Bild von 2005, also das Ding wurde gestartet im Dezember 2021, die Originalversion und das hier ist eine Kopie, die haben die im Jahr, wo steht es denn, 2005 haben sie eine Plastikkopie hier gebaut und da sieht man das Team, was damals da involviert war in den Bau des Originals. Und die haben hier so ein Modell mal gebaut, also man baut dann mal ein Modell, um dann alles auszuprobieren und da sieht man, wie groß das Biest ist. Das ist das James Webb Teleskop. Das wirkt hier riesengroß mit den ganzen Menschen davor, aber im Vergleich von diesem Extremely Large Teleskop ist es tatsächlich relativ klein. Aber man kann eben so ein großes Biest nicht in die Umlaufbahn bringen. Das ist dann zu schwer. Aber das James Webb kann man in die Umlaufbahn bringen und jetzt sieht man hier, wo es ist. Ich hatte die Lagrange-Punkte, glaube ich, in der ersten Vorlesung gemacht oder in der zweiten und da sehen wir hier, es wird an L2 gebracht und L2 ist eben in der Verlängerung von Sonne und Erde ein Punkt, der einigermaßen kräftefrei ist. Da rotiert das hier untergebrachte Teleskop, also natürlich auch irgendwas anderes, muss nicht ein Teleskop sein, aber es rotiert mit der Erde, hinter der Erde sozusagen um die Sonne herum auf L2. Da haben die das hingebracht. Ein bisschen weiter weg, 1,5 Millionen Kilometer von der Sonne. Aber es geht nicht um die Entfernung von der Sonne, sondern es geht darum, dass dieser Punkt hier, der L2-Punkt, einigermaßen stabil ist, damit es da bleibt. Und das soll es ja auch. Und da ist es dann stabil und rotiert mit der Erde um die Sonne herum auf L2. Ja, und das ist hier praktisch das letzte Bild meiner Vorlesung heute über Teleskope. Ich habe jetzt hier als Beispielbild ein Bild vom James Webb ausgewählt. Das ist also einfach nur diese fantastische Schönheit des Weltalls zeigt. Das ist eine Infrarotaufnahme, die wurde jetzt irgendwie konvertiert in etwas, was wir sehen können mit diesen wunderbaren Farben. Und das ist ein bestimmter Nebel, der Carina-Nebel. Und der hat die Kennzeichnung NGC 3324. Kann man auch dann noch mit anderen Teleskopen anschauen. Der ist ja so viel größer, das ist ein Detail hier. Und das wird genannt Cosmic Cliffs, kosmische Klippen. Hier haben wir also so eine Klippe. Und das ist eine Zone, in der neue Sterne und neue Planetensysteme entstehen aus diesem interstellaren Nebel. Und das ist eine fantastische Aufnahme. Hier sehen wir also junge Sterne, die auch sehr hell sind. Und wir sehen im Hintergrund viele, viele andere Sterne. Das ist also der Carina-Nebel, aufgenommen mit der nahen Infrarotkamera des James-Webb-Teleskops. Und ich denke, wir können da mit James-Webb, aber auch mit den anderen erdgebundenen Riesenteleskopen, habe ich ja schon gesagt, fantastische neue Entdeckungen erwarten. Aber mit diesen Teleskopen reisen wir dann in dieser Vorlesung zum Ende der Welt, auf der Basis dieser Bilder. Also nicht genau dieses Bild, das ist interessant für die Sternentstehung hier oder Planetenentstehung. Aber mit vielen anderen Bildern, auch vom Hubble Space Teleskop. Ja, nächstes Mal mache ich dann Radioteleskope und eben diese Interferometrie und dieses berühmt gewordene erste Bild von einem schwarzen Loch. Da sieht man also was helles und dann drin in der Mitte ist es schwarz und dann ist das das schwarze Loch. Aber wie das gemacht wurde, das ist schon phänomenal. Das geht mit Interferometrie und da kann man dieses Beugungslimit, das kann man überwältigen oder umgehen. Und zwar ist die Größe der Öffnung, dieses D, wo ich gerade bei den großen Teleskopen, da ging es um 7 Meter oder um 20 Meter oder um 30 Meter, da ist die Öffnung bei der Interferometrie mit Radioteleskopen, ist so groß wie der Durchmesser der Erde. Und da kann ich natürlich eine fantastische Auflösung damit erzielen. Nur wie macht man das denn? Man koppelt Radioteleskope mit Interferometrie, die an verschiedenen Punkten auf der Erdoberfläche sind und dann kriege ich tatsächlich eine effektive Öffnungsgröße, die dem Durchmesser der Erde entspricht. Also so relativ einfach erklärt. Also es ist immer dieses Beugungslimit, mit dem wir zu kämpfen haben. Und damit ist es gelungen, eine fantastische Winkelauflösung zu haben und man konnte in das Zentrum einer aktiven Galaxie reinschauen und da das schwarze Loch, ein gigantisches schwarzes Loch zugegeben, ist wirklich sehr groß, konnte man sichtbar machen. Das machen wir das nächste Mal, diese Technik. Okay, das war es für heute. Also Einführung in Teleskope, nächstes Mal Radioteleskope, Interferometrie und das Bild vom schwarzen Loch. Vielen Dank für diesmal. Hier wieder mal ein Hinweis auf meine Homepage. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.